Was macht der Lehrauftrag? Warum so ein ernstes Gesicht? Dein Lächeln an der Kasse, die Flinkste am Regal, warum so ein ernstes Gesicht? Ach so, du lebst von Hartz IV, Silvester war die letzte Schicht. Na König der Lagerhallen, Viertel nach Vier und jetzt schon frei? Überstunden geklappt, auf die Gewerkschaft gepfiffen und jetzt schon frei? Ach so, die Produktion China und hier ALG2. ALG2 Und du liebe Oberrenten, ganz schön voll mit den Taschen. Jahrelang geriestet, aufs Häuschen gespart, ganz schön voll mit den Taschen. Ach so, die Frau in Pflege, jetzt suchst du nach Plastikflaschen. Der Arbeitsmarkt geregelt, die Statistik bestimmt, was geht's dir ganz so gut? Zumal du glaubst, trifft immer nur den anderen, dem bleibt viel Scham und natürlich Wut. Der Arbeitsmarkt geregelt, die Statistik bestimmt, was geht's dir ganz so gut. Der Arbeitsmarkt geregelt, die Statistik bestimmt, was geht's dir ganz so gut.